Hallo und herzlich Willkommen bei Junkpunk, ein Spiel, das im Early Access ist. Das hat vor ein paar Tagen gestartet. Es gab auch schon ein erstes Update, was das Spiel deutlich angenehmer macht. Am Anfang war das Bauen nicht unbedingt sehr komfortabel. Das ist jetzt wirklich, wirklich viel besser. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache jetzt mal ein Video dazu. Beginn der Roboter, Initialisierung, Boot, erfolgreich. Mein Betriebssystem läuft auch schon. Ich bin glücklich. Initialisierung der Kamera. Ja, das wäre toll. Diese Striche bringen nicht viel. Oh, danke. Darf ich mich jetzt noch bewegen? Bitte? Ja, bitte die Motorhydraulik. Ja, bitte. Na komm. Boah, endlich. Ah ja, jetzt kann ich mich bewegen. Das bin ich. Und warum sind da fünf zu Kapseln, weil es bis zu fünf Spieler spielen können? So, er checkt gerade alles durch, stellt fest, größere Systemsteuerung, Schlussfolgerung, katastrophales Scheitern der Einreise. Ja, ich glaube, das kannst du laut sagen. Unbekannte Ursache. Er checkt das Schiff durch. Überschrittener Innentruck. Na ja, gut. Ähm, ja. Alles deaktiviert. Das heißt, das geht auch nicht. Ja. Ich kann mich nicht aufladen. So. Hier hat man ein bisschen was, wie, wie man quasi steuern kann. Q ist das Inventar. Tab ist unten die Leiste. E ist Interagieren. F ist Leser. Ja, und so weiter. NWR Core Data Retrieval. NRW ist auf Luis Y65 gelandet. Er hat einen Gesamtplanetenumfang von etwa 41.225,3 km. LY65 hatte früher ein gemäßigtes Klima mit tropischen Biomen und einem salzhaltigen Wasserozean. Vor etwa 1250 Jahren begann das Klima durch die Industrialisierung der einheimischen Spezies ihre konsequente und zunehmende Schädigung der Umwelt und der dazugehörigen Atmosphäre vernachlässigte zu entgleisen. Schätzungsweise elf Milliarden Seelen gingen durch den Runaway-Effekt verloren. Fossile Analysen deuten darauf hin, dass eine unbekannte Anzahl von Arten, von denen man annimmt, dass es Millionen von Varianten gibt, ebenfalls umgekommen sind. Das heißt, das war hier mal ein richtig schöner Planet und jetzt ist es ein Schrotthaufen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das NWR-Schiff hat schwere Schäden erlitten und wir können es nicht so schnell wieder flott machen. Die Frachtcontainer scheinen sich vor dem Aufprall entfaltet zu haben. Notfallprozedur 82 korrekt ausgeführt. Also am Anfang wird man durch diese Pads weitergeleitet. Das heißt, man bekommt so ein paar Anfang-Infos. Auf der Oberfläche des Planeten wurden mehrere Ressourcen entdeckt, die zum Bau von Gebäuden verwendet werden können. Standorte, mehrere Standorte in der Nähe entdeckt. So, das ist aber der Reparaturmodus. Ich brauche den da. Dann sammeln wir mal ein paar Ressourcen. Links oben steht eh, wir sollen eine Werkbank bauen. Wären wir noch nicht, aber wir fangen zumindest mal an zum Sammeln. Hier haben wir normalen Müll quasi. Den findet man wohl am häufigsten. Ah, wir haben alles für die Handwerkstation. Man sieht, ich kriege unterschiedliches Zeug raus. Das heißt, aus diesem Schrot da ist nicht nur eins drinnen, sondern es sind unterschiedliche Dinge drinnen. So, machen wir da weiter. Mit Tee haben wir auch eine Taschenlampe, aber Achtung, die frisst natürlich auch Energie, nehme ich an. Und da vorne möchte ich hin zu dem Gebäude, was wir da vorne sehen. Okay, das hatten wir noch nicht, glaube ich. Die scheint eine Mischung aus verschiedenen Altmetallen zu sein. Die Analyse zeigt verschiedene Materialien. Die scheint einer der am häufigst weggeworfenen Abheiler des Planeten zu sein. Da ist was anderes, da liegt Gummi. Gummi nehmen wir auch. Komm, wir wollen Gummi. So. Und da ist auch noch so ein Pad. Dieser Gummi sieht aus, als wäre er noch nicht so lange hier. Die Analyse zeigt, dass vor etwa 76,43952 Jahren es scheint viele hunderte von Tonnen dieser Ressource zu geben. Da kann ich gar nichts machen im Moment. Das ist normaler Schrott. Wir könnten die Werkbank jetzt hier aufstellen, aber ich weiß, dass die Quests uns ganz schnell da nach oben führen. Und deswegen mache ich das da oben. Ich muss nur erstmal da hoch ranern. Okay. Okay. Na komm. Wir haben noch 92% Energie. Das ist okay. So, und die Fläche räumen wir uns hier frei. Die ist natürlich schön gerade. Da kann man hoffentlich schön bauen drauf. Na komm. Dissimo. Ich bin lifetime. Dissimo. Ich bin die Fläche. Dissimo. Hier ist noch nie... H三. Der ist noch nicht ohne. mal komm hast Ein Staubsturm. So, nachdem ich jetzt ziemlich voll bin, werden wir jetzt erst einmal was bauen. Nämlich das, was wir hier schreiben. Als erstes sollen wir mal eine Handwerksbank, eine Werkbank konstruieren. Die setzen wir mal, ich würde sagen, da her. Genau. Und jetzt eine Basis bauen. Es gibt kleine Fundamente, die müssen wir jetzt für die Quest bauen. Und es gibt große Fundamente. Ich würde sagen, wir bauen die mal hier so. Ah, nee. Machen wir es nochmal kaputt. Man kriegt eigentlich alles wieder zurück. Das heißt, man kann herumprobieren. So. Jetzt werden wir auch noch die kleinen bauen, die ich brauche. So, macht er auch noch. Also die großen sind quasi genau doppelt zu groß. So, was sollen wir noch? Wir sollen Wände bauen. Mit R kann man die Sachen übrigens drehen. Okay, hier darf ich nicht mehr. Hier werden wir die Türe einbauen. Das war übrigens verkehrt herum. Warte ein bisschen. Warte ein bisschen. Warte ein bisschen. Dann möchte ich die Türe schon andersrum. So, dann sind wir nicht hier vielleicht ein bisschen vor dem Sturm geschützt. Und man kann ja mal hoffen. Okay, was brauchen wir noch? Wir brauchen noch eine Decke. Es gibt übrigens Stabilität und das ist hier das Problem zum Beispiel. Das heißt, das hier ist kein Problem, aber jetzt darf ich dann mit Säulen quasi arbeiten. Aber ich kann die Säule auch hier bauen und dann auch horizontale Säule machen. Weiter geht aber auch die lange. So zum Beispiel. Und dann könnte ich hier einfach das Dach weiterbauen. Theoretisch. Ah, da war es gerade. Okay. Also so. Da müsste man sich vielleicht nach oben bauen. Okay, also es ist leider immer nur 1,1. Das heißt, man wird hier oben. Gut, können wir uns nachher anschauen. Was brauchen wir jetzt noch im Behälter Klein? Den machen wir mal daher. Wobei Behälter Klein tatsachlich stimmt, ja. Also der ist wirklich klein. Da, das ist das ganze Ding. Ich werde mir hier mal wenigstens einen mittleren Behälter bauen. Und da mein Zeug reinhauen. So, der erste Sturm ist rum und wir sollen zum Monolithen gehen. So, der Monolithen ist da. Deswegen bin ich dort hingegangen. Wie man jetzt so sieht, ist die Brücke kaputt. Das heißt, wir müssen uns da hochbauen. Und da haben wir die Ressourcen eh braucht, sammeln wir neue. Hoch. Wieso stellt sich der immer Präparaturmodus? So. So. habe ich ja stahlteile dann habe ich noch keine okay dann brauche ich noch was so mir bitte stahl einen doch ich habe sieben stark gut mit speichern so das sollte reichen da vorne kriegen wir auch den hinweis dass die brücke kaputt ist schauen wir uns mal an die monolithische eingangsbrücke ist zusammengebrochen der baukunststrukturen wird notwendig sein um den zugang zu ermöglichen natürlich machen wir doch also wir könnten wir könnten hier arbeiten mit treppen zum beispiel hat einmal wir könnten aber auch erst mal eine säule bauen und hier schauen wir mal wo muss brauchen wir werden sie gleich sehen einmal dann sage mal hallo ok moment da stimmt was nicht bin ich vielleicht so nah dran aber das glaube ich nicht so haben wir es noch einmal eine treppe und zwar hierher hier will das nicht okay das hatte ich aber jetzt auch noch nicht da ich mein zeug zurückkriege ist es mir aber auch egal wir können es auch so machen nein wir brauchen am boden damit wir jetzt hier weiter bauen können brauchen wir aber irgendwo genau jetzt brauchen wir die säule und zwar können wir die säule eigentlich hier bauen und dann müssten wir hier einen boden bauen können und eine treppe man sieht wunderbar dankeschön wir haben noch 80 prozent energie wir haben noch 80 prozent energie also das ist noch eine automatische Fabrikator, aber er kennt mich nicht. Er sagt, ich brauche zuerst die Schlüssel. Ich kann hier zwei Sachen scheinbar machen. Einen Technik-Schlüssel brauche ich und einen biologischen Schlüssel. Den biologischen Schlüssel, den gibt es hier. Dafür brauche ich Pflanzen. Ich brauche Wassereimer und ich brauche Bodeneimer. Ich brauche Gold- und Aluminiumbahnen. Für den anderen brauche ich Widerstände, Basiskondensatoren, Schaltkreise, Prozessor, Motor, Getriebe, Gold, Aluminium und Silikonbahnen. Status gesperrt. Geht nicht. Ich brauche die beiden Schlüssel. Die werden wir also herstellen. Das hier ist noch nicht alles. Hier sieht man so schön einen Lift hin und her fahren. Mit dem kommen wir jetzt mal nach oben und schauen uns das oben mal an. Es gibt für beides jeweils eine Etage. Die erste Etage ist die biologische. Da können wir nirgends was tun noch oder generell nicht. Da sagt er mir, ich habe keinen Schlüssel, aber hier gibt es eine automatische Samensynthese. Alle fünf Minuten kann ich mir theoretisch Samen abholen. Ups. Nach oben bitte. Das ist der nächste Stock. Aber da kann ich gar nichts machen. Das sieht so nach Sauerstoff aus, oder? Ja, habe ich auch noch keinen. Müssen wir machen. Wir haben noch keinen. Oh, okay, danke. Sind die fünf Minuten vielleicht rum? Er sagt, ich würde noch vier Minuten brauchen. Gut, dann müssen wir halt später noch mal wieder kommen. Ja, ja, fahr nach oben. So. Also dürfen wir jetzt einmal arbeiten. Das erste, was wir brauchen, ist Energie, würde ich sagen. Weil wir müssen uns früher später aufladen. Also müssen wir uns jetzt erst einmal damit beschäftigen, wie bekommen wir Energie. Wasser haben wir übrigens auch hier. So, wir haben jetzt wieder ein bisschen was gesammelt und sehen, dass das Lager auch ziemlich klein ist. Die biologischen Samen gebe ich jetzt einfach mal da rein. Die Eimer gebe ich dann dazu. Die brauchen wir nicht hier. So. Wir brauchen eine Möglichkeit uns aufzuladen. Schrott brauchen wir dazu. Kupfer, Stahl und Basiskondensatoren. Haben wir noch gar keine. Gut, das heißt wir gehen noch weiter suchen. Es gibt nicht nur den normalen Schrott und den Gummischrott, es gibt zum Beispiel auch noch Elektroschrott. Das man gar nichts kriegt, das wundert mich. Oh gut, da ist ein Widerstand zum Beispiel. Also so random kommt es aus allen ein bisschen raus. Ich möchte da eigentlich nur durch. Weil da hinten müsste eigentlich normalen Schrott. Da ist er doch, ja. Da haben wir zum Beispiel Elektronik Schrott. Und da hoffe ich jetzt, dass wir einiges kriegen, was wir brauchen. Warum uns die anderen Raumschiffe da nicht helfen, weiß ich nicht aus. Das ist alles automatisiert. Den Schaltkreis haben wir auch schon. Was da rauskommt, wirkt so ein bisschen random mäßig, aber die Orte für die Schrottvorkommen etc., die scheinen immer dieselben zu sein. Karte auch. Schaut schon ganz gut aus, was wir da rauskriegen. Schon einige Widerstände. Kondensatoren könnten es ruhig noch mehr sein. 69 % Energie. Ups, jetzt habe ich wieder abgedreht. Oh, das waren jetzt einige Schaltkreiser. Oh, das waren jetzt einige Schaltkreiser. Oh, das war's. So. So. Schaltkreiser. 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 So. ein sturm ganz toll da finden wir wieder super heim nachher weil wir haben zwar die minimap rechts unten aber so jetzt werden wir uns wenigstens mal das minimum craften würde ich sagen wie viel haben wir jetzt noch 67% na gut schauen wir mal ob wir über den sturm noch drüber kommen jetzt heim rennen ist super doof na komm ok aber jetzt sind wir gleich voll ich muss richtung passen so gut jetzt speichert er jippie 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 ok ich könnte mir hier erst mal noch ein paar fundamente hinsetzen das fehlt man also schrott habe ich gerne ich wollte schon sagen hier ist es zu hoch aber es geht doch die dinge die wir bauen sind alle miteinander nicht gerade klein hallo danke ich möchte dann hier ok aber da könnte man so hochgehen quasi gut eine türe eine wand wenn ich mir jetzt eine treppe hochbauen könnte man könnten sie eigentlich ja so bauen genau dann könnte ich da oben theoretisch schaut gut aus übrigens eine horizontale säule bauen aber nicht die kurze sondern bitte die lange irgendwas fehlt mir dafür wahrscheinlich der stahl gut leistung müssen wir jetzt eh schauen was wir brauchen also ok gehen wir runter ich fürchte wir sind sehr schnell voll genau so also was hätte ich gerne metallschrott kleine getriebe große getriebe und kuper ok da könnten wir zumindest mal einer eine windturbine bauen ok könnten sogar noch eine zweite bauen ist auch ok ich bräuchte dann stahl schritt und basis kondensatoren stahl schrott basis kondensatoren und dann könnte ich theoretisch hier sagen hier möchte ich aufladen gut jetzt brauche ich aber auch noch stromkabel und für stromkabel brauchen wir gummi und kuper kuper haben wir noch ein bisschen aber nicht viel nein wir haben eigentlich viel zu wenig kuper wir müssen uns kuper organisieren gehen sono aber ja okay ja 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 Ich habe jetzt zwei Kuppen. Stahl. Haben wir gerade einmal drei Kuppen. Nicht viel. Okay, dann holen wir uns da drüben noch, Kuppa. Gibt es mir Kuppa? Muss ich da doch zum Elektroschrott? Wahrscheinlich. Wir haben aber doch hier auch in der Nähe Elektroschrott. Warte mal kurz. Ähm. Geht sich das aus? Ne, klar. Schade. Overlips. Also das geht sich aus. Okay. Schade aber scheiße aus, sorry. Ähm. Ähm. Nein. Okay. Dann halt nicht, dann machen wir es halt so. So. Nehmen wir die fertigen Teile hier mal raus. Und geben wir die da rein. Dass der ganze Schrott da drüben ist. Und der Rest kommt da drüber. Was haben wir da hingelegt? Kuppe. Äh. So. Kuppe. So. Außerdem könnten wir hier eine Werkbank reinbauen. Was fehlt uns für die Werkbank? Stahlschrott. Stahl. Ist das da? Können ja nachher dafür die andere abreißen. So. Ich brauche ein Ladekabel. Gut. Dann hätte ich gerne eine Batterie. Basiskondensortoren. Warte mal. Dann gehen wir da her. So. Basiskondensortoren. Basiskondensortoren. Warte mal. Schaltkreise. Widerstander. Und Drahtspuler. Gut. Eine Batterie. Leistungsfusioniere brauchen wir auch. Die können wir aber einen da hoch stellen. Verbindungen. Einmal. Und jetzt brauchen wir da einen zweiten. Das Problem ist, da kann ich mich nicht drehen, während ich das mache. ein bisschen doof. So. Kann man das Ladegerät woanders hinstellen, sonst wird das so ein dumm, dämliches Kabel. Die können wir wieder reparieren. So. Spieler. So. Und jetzt anders als in anderen Spielen vorher. Normalerweise würde ich es vorher durch die Batterie leiten. Hier mache ich das anders. Äh. Warte mal. Abreißen. Ladekabel. So. Noch ein neues Verbindungskabel machen. So. So. Und da oben. Da hinunter. So. Einmal bitte laden. Danke. So. Vielleicht sind wir geladen und ich würde sagen, das reicht für die erste Folge. Beim nächsten Mal schauen wir mal so ein bisschen entweder in die Landwirtschaft oder in die Produktion. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich sage einmal tschüss tschau baba und bis zum nächsten Mal. Aber wir räumen hier noch aus. Tschüss.